Österreich ist nicht ganz dicht. Genau genommen sind es unsere Wände, Fenster, Türen und Dächer, die nicht ganz dicht sind. Jetzt bis zu 14.000 Euro Sanierungsbonus holen und dauerhaft Energiekosten senken. Mehr auf sanierungsbonus.at Endgeltliche Einschaltung des Klimaschutzministeriums. Wenn wir uns hier im Stimme-wirkt-Podcast unterhalten, dann sprechen wir ganz selbstverständlich auf Deutsch. Wie geht's dir mit anderen Sprachen? Sprachen lernen ist heute so wichtig wie nie zuvor. Und deshalb freut es mich so sehr, dass die Sprachenlernplattform Bubble in den nächsten Wochen diesen Stimme-wirkt-Podcast unterstützen wird. Mit Bubble hast du Zugang zu 14 verschiedenen Lernsprachen. Du kannst Bubble am Handy über die Bubble-App oder über die Desktop-Version nutzen. Du wirst von muttersprachlichen Experten trainiert und du trainierst eine Aussprache mit der Spracherkennungssoftware. Die kurzen 15-minütigen Lektionen, die passen auch in deinen Zeitplan. Hast du Lust bekommen? Dann darf ich dich als Stimme-wirkt-Podcast-Hörer und Hörerin auf ein halbes Jahr Bubble einladen. Denn mit dem Code STIMME-WIRKT zahlen Hörerinnen für sechs Monate und erhalten zusätzliche weitere sechs Monate ihres neuen Bubble-Abos geschenkt. Du zahlst also für sechs Monate und lernst ein ganzes Jahr. Infos und den Code einlösen kannst du auf bubble.com slash stimme-wirkt. So, und jetzt zu unserem heutigen Thema. Wenn du wieder einmal einen stimmlichen Hochleistungstag vor dir hast, also einen Tag voller Telefonate, voller wichtiger Gespräche oder vielleicht sogar vor einem Seminar, vor einer Schulung, wie bereitest du dich und deine Stimme darauf vor? Ich plaudere heute ein wenig aus der Schule in dieser Episode, welches meine Rituale sind vor solch einem stimmlich anstrengenden Tag. Bleib dran! Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen. Es steht wieder einmal ein intensives Seminar an. Du hast vielleicht einen ganzen Tag oder mehrere Tage hintereinander zu sprechen. Und jetzt stelle ich einmal die Frage in den Raum. Wie bereitest du dich am besten darauf vor? Nämlich körperlich. Also ich persönlich habe das jetzt auch letzte Woche wieder erlebt. Da war ich im Seminar über eine Woche und habe auch den Referenten so erlebt. Also wenn du natürlich frühmorgens beispielsweise dir schon mit kalter Dusche vielleicht die Energie holst für den Tag. Wenn du vielleicht dann dir auch dementsprechend deine Ernährung anpasst, dass du über lange Zeit hinweg, dass der Blutzucker nicht abstürzt oder dass du vielleicht auch immer wieder ausreichend trinkst oder vielleicht auch spezifisch Getränke trinkst oder auf was auch immer du achten sollst. Und das ist eben die Frage, die ich dir heute, lieber Arno Fischbacher, stellen möchte. Gibt es Dinge, die wir beachten sollten? Sollten wir besondere Lebensmittel meiden oder extra nutzen? Also der Trainer letzte Woche hatte beispielsweise immer sein Ingwerwasser bei sich. Weil er gemeint hat, das tut ihm gut. Kann natürlich sein, dass viel Placebo dabei ist. Das ist immer so. Aber deswegen komme ich ja jetzt einmal auf dich zu. Und was sind so deine Empfehlungen? Mir persönlich leuchtet es natürlich schon ein, dass wenn ich mich wohlfühle in meinem Körper, wenn ich eine gute Energie habe und die mir auch mit einer gewissen Art von Ernährung oder Trinkgewohnheiten ergänzen kann, vielleicht auch Atemübungen oder auch kalt duschen, dann kann ich mir schon vorstellen, dass energetisch da weit mehr da ist als nicht. Und sei es nur Placebo, was ja die gleich gute Wirkung wäre. Ja, interessante Frage, lieber Andreas Giermeier von lernenderzukunft.com. Ich höre so Fragen immer wieder, weniger oft als früher, muss ich sagen, wahrscheinlich, weil viele Menschen, bevor sie mit mir zu tun haben, wahrscheinlich meine Standpunkte oder vielleicht auch meine Sichtweisen schon verstanden haben und dann weniger solche Fragen auftauchen. Vielleicht ganz grundsätzlich. Die Stimme, also wenn du sprichst und deine Stimme nutzt, dann ist deine Stimme immer das Resultat deiner Körpersprache, sage ich gerne. Aber machen wir den Rahmen noch ein bisschen weiter auf. Die Stimme tönt aus dir heraus. Also die Stimme ist immer die Äußerung des Menschen in diesem Moment. Und wenn wir uns jetzt schauen, was heißt das praktisch? Also ja, natürlich wirst du sagen, warum betonst du das so? Naja, das heißt, wie geht es mir körperlich? Also wie ist meine körperliche Konstitution? Wie ist meine Verfassung? Und wie bin ich körperlich gerade drauf? Wie ist meine mentale Verfassung? Und wie ist meine emotionale Verfassung? Und über die drei Dinge können wir uns unterhalten und dann schauen, was ist zuträglich und was ist weniger günstig. Wir könnten es ja auch so framen, dass ich dich frage, lieber Arno Fischbacher, du hast ja regelmäßig auch tatsächlich Schulungen, die sich über mehrere Tage ziehen. Und die Frage, die ich dann stellen könnte, wie bereitet sich ein Arno Fischbacher denn darauf vor? Ich weiß, du bist jetzt immer mal wieder auch über mehrere Tage, ich glaube jetzt einmal wieder in Wien oder jetzt am Wochenende warst du auch wieder bei dieser Apothekerschulung, wo wir vorigen Episoden drüber gesprochen haben. Wie schaut das dann da aus? Also ist dann deine Ernährung anders? Gibt es dann keine K-Spatzeln, sondern eher das Gemüseteller? Oder wie ist das dann? Also verändert sich irgendwas im Vergleich zu deinem alltäglichen Leben? Ja, natürlich. Das ist im Grunde so wie ein Sportler, der am nächsten Trauer gegen den Wettkampf hat, der wird sich am Vortag oder vielleicht in den Tagen davor danach orientieren. Genau. Ja, das tue ich. Weil ich bin meinen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, aber auch meinen Auftraggebern eher verpflichtet. Ich bin ja da eine Verpflichtung eingegangen. Du bist ein Hochleister, du bist ein High Performer. Ich habe ein Versprechen abgegeben und das will ich einlösen. Das versteht sich ja von selbst. Und wenn ich mich dann, danke für den High Performer, aber wenn ich mich so sehe, dann heißt das, ich will sowohl körperlich in der bestmöglichen Verfassung sein, um das tun zu können. Ich brauche aber nicht nur die körperlichen Voraussetzungen, sondern mens sana in corpore sano heißt es, oder? Also ein gesunder Geist in einem gesunden Körper. Also ich will auch mental fit sein. Also ich will auch gut erfassen. Ich will wissen, was auf mich zukommt. Ich will mit Zuversicht in diese Situation hineingehen. Ich will gut vorbereitet sein. Also ich will meine Hausaufgaben gemacht haben. Und ich will aber auch dafür sorgen, dass ich emotional in der richtigen Verfassung bin. Und aus dem heraus folgen Dinge. Also zum Beispiel, fangen wir vielleicht mit dem Banalen an. Also an einem Tag, in dem ich, also wenn ich zum Beispiel um neun Uhr ein Seminar beginne, sagen wir mal, das wäre der Durchschnitt. Dann könnte ich ja vorher noch alle meine E-Mails checken und vorher noch die ärgerlichen Dinge erledigen und ich weiß nicht, was ich alles tun. Das könnte ich tun. Oder aber ich sage, ich fokussiere mich, vielleicht sogar schon am Abend davor, auf das, was ich an diesem Tag vor mir habe. Und hol mir meinen mentalen Status, den ich brauche, für diese Art der Performance, die ich von mir erwarte, sodass ich meinen Teilnehmern mit dieser Offenheit, mit dieser Gelassenheit, mit dieser Freude und mit diesem Spaß an der Sache entgegentreten kann und dann auf die entsprechende Resonanz hoffen kann. Also werde ich ganz banal nicht fünf Minuten vor Beginn des Seminars noch schnell irgendeine E-Mail checken und eine ärgerliche Antwort schreiben oder irgendwie so, werde ich nicht tun. Vielleicht auch keine Käsespätzle essen. So, das wäre jetzt mal so eine Kleinigkeit, aber fangen wir vielleicht von vorne an. Also ich denke, das, wonach du ursprünglich gefragt hast, das war ja eher der körperliche Status. Ja, ich habe es ja auch gesehen, zum Beispiel bei einem Tony Robbins, der dann vor einem solchen Seminar tatsächlich noch, das sieht man auch beispielsweise, auf seinem Stepper oder Gerät da drauf sich da 10, 15 Minuten aufwärmt, bevor er dann seine High-Level, High-Energy-Geschichte auf der Bühne macht. Lass uns die Uhr einen halben Tag zurückdrehen, Andreas. Also für mich beginnt die Vorbereitung auf einen Seminartag, also die Vorbereitung beginnt in der Regel früher mit ein paar Dingen, die man vorher erklären muss. Das ist schon klar. Aber jetzt die persönliche Vorbereitung, die beginnt zumindest am Abend davor. Das heißt, da muss ich wissen, wie viel Schlaf brauche ich, dass ich einen vollen Tag mit Energie umsetzen kann. Und du weißt, ich nutze ein gefinkeltes Monitoring jetzt nicht nur für diese eine Nacht vor dem Seminar. Du kennst meinen Ura-Ring, der mir am Morgen nach, wenn ich aufgewacht bin, die Schlafdaten zur Verfügung stellt und unter Umständen auch bestätigt, dass es lohnt, an so einem Tag vielleicht vor Mitternacht schlafen gegangen zu sein, weil meine Herzratenvariabilität dann steigt. Also ich erholter bin am Morgen oder vielleicht ich doch in einem gewissen Ausmaß Tiefschlafphasen sehe. Das allerdings wird mir nur gelingen, wenn auch meine mentale Vorbereitung auf den kommenden Seminartag in geregelten Bahnen läuft. Weil angenommen, ich hätte jetzt irgendwie Sorge, dass diese Teilnehmer irgendwie schwierig sind oder ich würde mich auf diese Diskussionen einlassen, die man oft hört. Ach Arno, du bist in dieser Firma. Oh je. Das ist diese Firma, wo sie immer die Teilnehmer unvorbereitet ins Seminar schicken. Also würde ich mir solche Gedanken, Sorgen machen, dann würde ich mich falsch vorbereiten auf den nächsten Tag. Ganz im Gegenteil, meine mentale Vorbereitung noch einmal am Tag davor ist, dass ich mir vergegenwärtige, in welchen Phasen ich den Tag gestalten will. Du weißt, du kennst mich, also ich gehe jetzt nicht mit einem fixen Stundenfahrplan in den nächsten Tag hinein, sondern ich weiß, was das Ergebnis sein soll und ich darf auf meine Erfahrung insofern zählen, als ich weiß ungefähr, wie ich beginne. Und mich leitet sehr, sehr oft einfach die Intuition, aber dann sehr präzise, auch durch einen Tagesraster. Da ist jede Pause einkalkuliert und jede kleine Feedback- und Blitzlichtschleife vor der Pause ist da geistig einkalkuliert. Aber das ist meine mentale Vorbereitung auf den Tag, weil ich weiß, wie stark es meinen Ausdruck und mein Herangehen an Menschen prägt, ob ich mit so einer Einstellung, ja, ich mache das, weil ich habe Arbeit, hineingehe, oder wenn ich mit dieser Vorfreude und mit dieser Lust an der Reaktion der Menschen, also mit dieser Selbstwirksamkeitserwartung, würde man jetzt als Psychologe sagen, wahrscheinlich in den Tag hineingehe. Und das ist meine Vorbereitungsaufgabe am Tag oder am Abend danach. Und manchmal, wenn ich auch vielleicht vor einem neuen Kunden stehe oder mit einer Gruppe zu tun habe, mit einer Branche oder mit einer Personengruppe zu tun habe, die ich noch nicht kenne, also irgendwie eine neue Branche, irgendeine Umgebung, die mir neu ist, dann nehme ich das durchaus ins Zubettgehen mit hinein. Also da habe ich für mich so eine Routine entwickelt, dass ich, ich bereite mich vor, also ich tue, ich mache einfach meine To-Dos. Du musst wie mentales Vorerleben, also dass du für dich im Kopf auch tatsächlich, also ich kenne es von Vera Birkenbiel, die das dann tatsächlich auch mental vorerlebt hat, das ganze Seminar, auch den Ausgang vor allen Dingen, ja. Bis hin, dass man sich vorstellt, den Applaus am Schluss. Ja, also das ist auch das, was ich Kunden, die gestresst, die sagen, Herr Fischbacher, ich stresse mich immer so vor Präsentationen, das wäre das klassische Zielbild. Das Zielbild im Seminar, das brauche ich nicht, weil der Tag ist lang und ich weiß, womit das Seminar endet. Ich weiß, dass am Ende so eines Seminartages wie jetzt gerade vor kurzem die Teilnehmerinnen nach dem Motto, am Ende ist es gut und wenn es nicht gut ist, ist es noch nicht zu Ende. Das kann man ja auch sagen. Nein, nein, ich weiß, es ist nicht das Ende, dass die dann applaudieren, sondern ich weiß ganz genau, dass am Ende des Seminars meine Teilnehmerinnen sich selbst reflektieren werden in einer ganz bestimmten Art und Weise, dass sie ihre eigenen Pläne verfassen, also ihre eigenen Strategien sich zurechtlegen, wie sie die ihre wichtigsten Punkte ins Leben hinausbringen. Ja, und sie haben dann einen kleinen Holzwürfel im Seminar in der Hand und den bemalen sie mit Filzstiften und das weiß ich. Dann haben wir es nicht mehr, ich wollte es auch haben, ja. Da gibt es dann ein Video drüber in deinem YouTube-Kanal, machen wir gleich mal Werbung dafür. Das brauche ich mir so extra gar nicht vorstellen, weil ich weiß, auf das wird es hinauslaufen und ich weiß, dass ich da tiefe... Wobei das ja wieder ein Kraftritual ist, das ist ja ein Ritual, das dir Kraft gibt und den Teil nehmen. Ich werde tiefe Blicke sehen und ich sehe sie vor mir, wie sie mit sich selbst ringen, was sind die wichtigsten Punkte, weil ich ihnen dann erklärt habe, lass das weg, was nicht Priorität eins hat und ich weiß, sie werden sich im Anschluss noch einmal untereinander austauschen, um genau dieses Vorhaben zu verstärken durch ein wechselseitiges Commitment in einem internen Austausch. Wenn ich also in der Vorbereitung des Tages das als mein Zielbild sehe, dann ergibt sich im Reverse Engineering, ergeben sich immer aus dem Moment die logischen Schritte, die dazu führen. Und ja, du hast recht, das ist im Grunde dieses in groben Schritten, die meine Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf die Fährte locken, dass sie am Ende mit Lust sich selbst diese Dinge gestalten. Ja, damit gehe ich schlafen. Das ist richtig. Aber okay, das wäre also ein Aspekt, das wäre eher das mentale Herangehen. Wenn ich es jetzt umlege auf eine Empfehlung, wenn du jetzt vor einer Vorbereitung, wenn du vor einer Präsentation stehst oder vor einer Rede und du hast sie inhaltlich vorbereitet und hast da alle möglichen Dinge schon, du weißt, was du sagen wirst und so weiter, dann ist das durchaus eine Möglichkeit, dir so ein Zielbild zu visualisieren. Also dich tatsächlich, so wie du es gesagt hast, wie du es auch geschildert hast von der Vera Birkenbihl, dass du dir wirklich diesen letzten Moment vorstellst, du hast das letzte Wort gesprochen, noch stehst du vor deinen Zuhörern und Zuhörerinnen. Es entsteht dieser wunderbare Moment der Stille, weil sie wissen, jetzt ist es zu Ende, noch bevor sich die Hände rühren. Und dann merkst du dieses Ausatmen nach der Spannung und dann fangen die Leute zu klatschen an. Und das kannst du dir vorstellen als Zielbild, diesen Moment, der lässt sich ganz gut verankern. Das wäre ein Aspekt einer mentalen Vorbereitung. Ich mag aber gern nochmal auf die Frage zurückkommen, weil wenn die Nacht dann vorüber ist, was tue ich am Morgen? Also ich nehme mir immer heraus, in meiner Art und Weise und so, wie ich es an dem Tag für mich empfinde, zu frühstücken. Aber du weißt, das ist eine Empfehlung, die kann man nicht jedem Menschen so eins zu eins geben, weil Tagesrhythmen sind unterschiedlich, Menschen sind andere Chronotypen etc. Und jeder hat andere Essgewohnheiten. Für mich ist wichtig, dass ich ein gutes Fundament in den Tag habe. Darum lege ich, wenn ich in Hotels bin, vor dem Seminar, lege ich für mich immer Wert darauf, dass ich genug Zeit habe für mein Frühstück. Das heißt, ich lege meinen Weckruf immer so fest, dass ich, wenn ich aufstehe, ein Glas Wasser trinke, dass ich ein paar Kraftübungen mache, bevor ich in die Dusche gehe. Kraftübungen bedeutet? Es gibt ein körperliches Warm-up. Also meine Routine zum Beispiel sind 35 Liegestütz und ein paar Übungen für meinen Rücken, sodass ich mich spüre und dass ich weiß, wenn ich stehe, dass ich irgendwie geerdet bin. Und nach dem ersten Durchgang, ja genau, nach dem ersten Durchgang gehe ich in die Dusche. Alte Dusche muss man sagen. Na warte mal, du weißt, das machen wir unterschiedlich. Ich dusche mich und wasche mich und was weiß ich, rasiere mich und so weiter. Und gibt es einen gehörig langen, kalten, dann gibt es kalte Dusche für, sagen wir mal, zwei Minuten. Und dann frottiere ich mich und dann bin ich fit und dann kommt der zweite Durchgang Liegestütz. Dann gibt es nochmal 30, 35 Liegestütz, bis ich den letzten nicht mehr raufdrücke. Also einfach bis zum letzten so. Und dann mache ich ein paar Warming-Aps für Schulternacken. Schulternacken, das ist vor dem Frühstück. Also vor und nach dem Duschen und dann gehe ich frühstücken. Aber so, dass ich genügend Zeit habe. Dann können sich natürlich all die Dinge, die du isst, in deine Muskeln wieder einbauen, damit du dann noch mehr und noch mehr auf... Ja, ja, klar. So denkst du ja der Bodybuilder. Ja, genau. Und dann, also wenn ich tatsächlich in einem Seminar Hotel trainiere, was ja nicht immer der Fall ist, dann habe ich am Abend davor den Seminarraum in der Regel aufgebaut, sodass ich dann nicht in der Früh das geschehen habe, wenn irgendwas fehlt, sodass ich da sicher sein kann, dass alles fit ist und ich habe meine Flipcharts vorbereitet etc. Vorbereitet bedeutet, du schreibst sie vorab oder vorbereitet, dass du weißt, was du schreiben wirst? Nein, ich setze nur den Rahmen. Also es gibt eine Begrüßung, es gibt zwei Flipcharts im Raum mit einem normalen Seminarsetting bei mir. Zwei bedeutet, du arbeitest mit Raumankern? Ja und nein. Also jetzt, was die Arbeit mit den Flipcharts betrifft, das heißt, ein Flipchart hat ja den Vorteil, dass du, wenn du auf einem Flipchart arbeitest und du hast hier ein Thema, zum Beispiel der Einstieg ins Seminar, wo es um Veränderungsmöglichkeiten geht und die Hindernisse, also Thema Autopilot zum Beispiel, dann hast du die Symbolik bildhaft auf einem Flipchart und während ich über das spreche und wir dann zu dem arbeiten, ergibt sich aus dem heraus immer der nächste Schritt. Zum Beispiel irgendwie die Grundstruktur des Trainings oder eine Abfrage und dafür ist das zweite Flipchart da, weil dadurch bleibt das erste Bild im Raum. So ein Raum, wie so ein Anker, ja. Ja und das ist für mich auch einer der essentiellen Vorteile der Arbeit mit Papier im Seminar und darum stehe ich auch auf Flipcharts mit Papier. Ich hatte vor kurzem eine Diskussion mit einem Kollegen, der eingemahnt hat, ja aber das ist Papier, also wie ist das da mit der Ökobilanz und so und der arbeitet mit so einem Whiteboard, mit so einem elektronischen, sage ich es gut und schön. Aber das müssen wir durchrechnen, also bis so ein Ding hergestellt ist, so ein Whiteboard, das ist dann einschalten über Stunden. Aber ich denke mir, ja alles gut. Also wenn man schon meint, da mit Umweltaugumenten zu kommen. Aber auch beim Whiteboard hast du dann ein Sujet am Whiteboard. So und dann switchst du und dann baust du das nächste. Der Vorteil von zwei Flipcharts ist einfach, ich liebe es. Du hast immer ein Thema weiter im Raum stehen, während du am nächsten Thema, am zweiten Flipchart arbeitest. Du kannst einfach Stacking machen. Du kannst aufeinander aufbauen. Ja, aufbauen. Und in der Pause gehen meine Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf einen Kaffee und was ich in der ersten Pause bereits mache, ist, ich nehme so eine kleine Rolle Tesagreb und nehme die bis dorthin entstandenen Flipcharts einfach runter vom Flipchart und klebe sie irgendwo sichtbar an die Wand. Das heißt, es entsteht dadurch im Seminarraum so eine Art Galerie der Themen, die bisher bearbeitet worden sind. Ja, und die Begründung natürlich auch. Wir arbeiten ja mit, das Gehirn merkt sich ja auch, das ist ja räumlich vorhin. Die räumliche Situation, völlig richtig. Also es ist auch didaktisch sehr klug. Und es ergeben sich dann, also manchmal mache ich, wenn es sich gut ergibt, zum Beispiel am zweiten Tag bei einem zweitägigen Seminar gibt es in der Früh einfach eine Fünf-Minuten-Sequenz, wo die Leute einfach nur aufstehen und einfach mal im Raum herumgehen und mal schauen, aha, was haben wir gestern alles so gemacht. Und das hängt repräsentiert durch Flipcharts. Da hängen 15 Flipcharts oder 10 Flipcharts im Raum. Und dann hast du die Themen des Vortages präsent vor dir. Und dann kannst du dich darüber ganz kurz austauschen. Und das ergibt einfach, ich liebe es. Ich weiß, es gibt hundert Möglichkeiten. Und die finale Frage, die ich jetzt natürlich stellen muss, wenn ich jetzt bis dahin gehört, also wenn wir uns als Zuhörerinnen oder Zuhörer jetzt bis dahin gehört haben, welche Möglichkeiten gibt es, dass ich an so einem Seminar teilnehme? Oder kann ich dich da buchen für meine Mitarbeiterinnen? Oder hast du offene Seminare, die in nächster Zeit anstehen? Offene Seminare gibt es zurzeit überhaupt keine. Es ist überhaupt die Frage, ich diskutiere heftig mit mir selbst gerade, ob es, habe ich lange jetzt, schiebe ich so vor mir her, ob es wieder welche geben wird. Im Moment ist das nicht in Sicht. Also wenn ihr das wollt, dann bombardiert es jetzt. Wenn du zuhörst und interessiert bist für dein Unternehmen oder für dein Team oder wer immer es ist, mich einzuladen, dann sprich mich einfach darauf an. Geh auf anofiesprache.com, hol dir einen Gesprächstermin mit mir, sprich mich darauf an und lass uns das diskutieren. Okay. Ich trete da auch absichtvoll zurück. Du hast das verfolgt, also die Arbeit im 1 zu 1 Training, also im Coaching, wie das heute so schön heißt, wo ich Kunden in ganz kurzer Zeit, mit ganz wenig Zeit aufwand, aber sehr präzise von A nach B begleite, sei es jetzt in der Vorbereitung von Auftritten, sei es im Umgang mit Nervosität, sei es im, was immer, die sehr, sehr unterschiedlichen Themen sind, heikle, herausfordernde Kommunikationssituationen zu bewältigen, sich auf Hearings vorzubereiten, jetzt gerade wieder eine hochdekorierte Ärztin, oder, ja, also sehr, sehr unterschiedliche Themen. Ich liebe es, es ist eine wunderbare Arbeit und darum ist im Moment auch der Seminarbetrieb bei mir etwas eingeschränkt. Aber auf Zuruf interessante, interessante Anfragen natürlich jederzeit gerne. Dann möchte ich gerne noch darauf hinweisen, dass wir uns natürlich freuen und es euch auch gut tut, wenn mehr Bewertungen da sind. Wenn ihr uns weiterempfehlen wollt, dann auf Apple iTunes oder Spotify oder den anderen großen Bewertungsmöglichkeiten der verschiedenen Plattformen, diese zu nutzen und uns mit vier oder fünf Sternen oder was auch immer ist da an Herzchen oder Smilies oder wie auch immer, wie die dann dort heißen, uns zu vergeben. Und wir freuen uns drüber und es bringt dem Podcast was und auch euch, weil dann gibt es nämlich den Podcast weiterhin. In diesem Sinne, mein Lieber, ich übergebe dir die finalen Worte. Ja, sich vorzubereiten auf kommunikative Hochleistungen, also interessante Herausforderungen. Drei Aspekte haben wir angesprochen, nicht alle so richtig im Detail ausgeführt. Vielleicht gibt es ja auch Folge-Episode, so können wir es ja. Genau, ja, die körperliche Vorbereitung, wo alles Mögliche dazugehört, auch die Ernährung. Aber wie es einem emotional geht und wie man das steuert und wie du mit Sense-Focusing vielleicht dich wieder immer wieder ins Hier und Jetzt zurückbringst, das wäre ein möglicher dritter Punkt. Ja, dass euch das Kommunizieren auch unter erschwerten Umständen oder dort, wo wirklich Hochleistung gefragt ist, so wie du es eingangs gesagt hast, Andreas, in Seminaren, bei Vorträgen, bei internen Schulungen, dort, wo du den ganzen Tag manchmal mit denselben, manchmal mit ganz unterschiedlichen Menschen zu tun hast. Dafür wünsche ich gutes Gelingen, möge die Stimme immer voll und mit Kraft und Energie mit dir sein. Dein Arno Fischbacher Dein Arno Fischbacher Dein Arno Fischbacher Dein Arno Fischbacher Untertitelung des ZDF, 2020